Hiram Bingham wurde 1875 in der hawaiianischen Hauptstadt Honolulu als Sohn von Missionaren geboren. Schon früh trug er das Herz eines Entdeckers und Forschers in sich. Seine Eltern jedoch wünschten sich, dass er die religiöse Familientradition fortführen würde. Und so lehnte sich Bingham schon in seiner Kindheit stark dagegen auf. Mehrfach rannte er von zu Hause weg, zuletzt mit zwölf, um sich als blinder Passagier auf einem Schiff einzuschleichen. Allerdings wurde er bereits im Hafen abgefahren. Er wollte Footballspieler werden, vor allem jedoch wollte er den Globus erkunden. Auch Bücher waren seine Welt, vor allem solche, die ihn in die Welt der Abenteurer und Entdecker entführten. Mit seinem Vater fuhr er in die Berge und lernte gut klettern. Eine Fähigkeit, die ihm später noch von entscheidendem Nutzen sein würde. Nach seinem Schulabschluss jedoch unterwarf sich Bingham, wie so viele, zunächst einmal dem elterlichen Wunsch und studierte Theologie in der amerikanischen Elite-Universität in Yale. Er heiratete, sehr zum Missfallen ihrer Eltern, Alfreda Mitchell, eine Erbin der wohlhabenden Tiffany-Dynastie. Sie bezogen ein Anwesen in Hartford und bekamen im Verlauf ihrer Ehe sieben Söhne. Alfreda würde in den kommenden Jahren nicht nur seine Studiengebühren, sondern auch einen Großteil seiner Expeditionen bezahlen. Denn das Leben als Akademiker, Ehemann und Vater reichte dem Mann aus Hawaii nicht aus. Trotz fehlender akademischer Referenzen auf diesem Gebiet wollte Bingham als Historiker Karriere machen. Weil er sein Hobby so liebte, machte er in Harvard, quasi so ganz nebenbei, noch seinen Doktor in lateinamerikanischer Geschichte. Ein zu jener Zeit erstaunlicherweise völlig abwegiges Spezialgebiet. Aus diesem Grund gab es für ihn nach Studienabschluss auch keine Stelle. Denn es waren schlichtweg nicht genug Professuren eingerichtet. Aus damaliger Sicht war dieser Bereich der Geschichtsschreibung einfach nicht interessant genug, um einen eigenen Lehrstuhl zu rechtfertigen. Voller Leidenschaft für sein Hobby sah Bingham nur einen Ausweg. Er musste selbst nach Lateinamerika reisen und dort eine publikationswürdige, ja spektakuläre Entdeckung machen, die eine Finanzierung seiner Arbeit rechtfertigen würde. Und so folgte er den Spuren der wenigen ihm vorausgegangenen Entdecker nach Venezuela und Kolumbien. Schließlich nimmt er für seine Universität Yale an einem Kongress in Chile teil und nutzt seine Chance, um eine über sechs Monate dauernde Forschungsreise hintendran zu hängen. Sein Weg führte Bingham damals zum ersten Mal nach Peru, als Teilnehmer einer lokalen Expedition auf der Suche nach unentdeckten Ruinen der Inka. Wieder zurück zu Hause begann er intensiv die Geschichte der Inka auf der Suche nach neuen historischen Spuren zu erforschen mit dem Rektor der Universität von Cusco. Bingham würde nie ablassen von seinem Hobby. Denn vor allem die Geschichten um das sagenumwobene Gold der Inka sowie die letzten Rückzugsstätten der Inka hatten ihn in seinen Bann gezogen. Schon 1910 entschied er sich zu seiner nächsten großen Reise. Aber gut Ding will Weile haben. Und so musste er ausharren, dass er ein Jahr später, 1911, schlussendlich zu seiner lang ersehnten, eigenen Forschungsreise aufbrechen konnte, die schließlich am 24. Juli 1911 in der Entdeckung von Machu Picchu, der Wolkenstadt der Inka, endete. Das detaillierte Erforschen der Inka-Städte überlief er allerdings, trotz seiner wiederkehrenden Reisen in die Anden, anderen. Schließlich war das Entdecken sein Hobby und nicht die Archäologie. Außerdem hatte er schon länger eine andere Leidenschaft entwickelt, und zwar die Luftfahrt. Und als die USA 1917 in den Ersten Weltkrieg eintraten, meldete Bingham sich trotz seines für den Kampfeinsatz fortgeschrittenen Alters bei der Luftwaffe der US-Army als Pilot. Wie das so ist mit den Dingen, die man gerne tut, war er recht erfolgreich. Er stieg bis zum Leutnant und Kommandanten der US-Force-Piloten in Frankreich auf. Hiram Bingham, seit seiner Jugend ein vielseitig interessierter Mann, wandte sich nach dem Krieg endlich seinem dritten Interesse der Politik zu und brachte es auch hier wieder bis zum Senator, bis er sich 1932 aus der Politik zurückzog und zum Unternehmer wurde. Nur eins seiner vielen Hobbys brachte ihm weder Glück noch Erfolg. Seine Frau Alfreda reichte die Scheidung ein. Sie wollte seine außerehelichen Affären, für die er schon in jüngeren Jahren berüchtigt war, nicht länger dulden. Bingham jedoch heiratete erneut, schrieb 1948 seinen autobiografischen Bestseller Lost City of the Inkas und starb 1956 im Alter von 80 Jahren nach einem erfüllten, leidenschaftlichen Leben. Hey, ich bin Susi von Burnout Coaching Berlin und du hörst meinen Podcast Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Zeitvertreib oder Lebensinhalt lautet die Frage der heutigen Folge? Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wie du schon in der Anfangsgeschichte festgestellt hast, hat die heutige Episode einigen Unterhaltungswert. So muss das sein, denn immerhin geht es ja um deine Freizeit. Und wenn die eines nicht sein sollte, dann ja wohl langweilig. Deshalb erfährst du heute von mir, warum Hobbys sich nicht nur positiv auf dein Gemüt und deinen Stresspegel auswirken, sondern auch noch deine Leistungsfähigkeit steigern. Ich habe dir noch sieben Hobbys und eine Warnung mitgebracht, welche besonders effektiv gegen Stress und Anspannung wirken. und ich erzähle dir, was Lauren über die Auswirkungen von Hobbys auf unser Lebensgefühl herausgefunden hat. Freizeitspaß mit Susi. Let's go! Freizeit und ausgelebte Hobbys sorgen für eine Art Cut. Stress, große Verantwortung, Grübeln und so weiter werden für einen Moment unterbrochen. Durch diesen Cut verhinderst du das Gefühl zu haben, in einer immer und ewig dauernden Stressspirale gefangen zu sein. Außerdem, was gibt es Schöneres, als seinen anstrengenden oder langen Arbeitstag unterbrechen zu können mit irgendwas, was wir einfach gerne tun und was unser Herz ein bisschen höher hüpfen lässt. Wo wir gerade bei langen Arbeitstagen und Stressspiralen sind, Ziele erreichen kann ja manchmal ganz schön langwierig sein. Auch deswegen ist es ganz vorteilhaft, das eine oder andere Hobby zu haben. Denn mit Hobbys hast du die Möglichkeit, auch kleinere private Ziele zu setzen und diese dann auch konstant zu erreichen. Und das wiederum schafft mehr Zufriedenheit mit dir selber und beugt einer verschobenen Wahrnehmung, wie sie heute sehr viele Arbeitnehmer haben. So nach dem Motto, nie erreiche ich oder schaffe ich irgendwas, weil Ziele am Arbeitsplatz manchmal ja wirklich sehr langfristig gesteckt sind. Diesem Gefühl beugt es also vor, denn in unseren Hobbys setzen wir uns die Ziele selbst und schaffen uns so auch ein paar mehr Erfolgserlebnisse, als wir die vielleicht hätten, wenn wir uns nur auf unsere Arbeit ausrichten würden. Übrigens, an der San Francisco State University hat man sogar herausgefunden, dass Menschen umso kreativer und leistungsfähiger werden, je mehr sie ihre Freizeit aktiv gestalten und Hobbys nachgehen. Die Teilnehmer dieser Studie schlossen um 15 bis 30 Prozent besser ab als die Vergleichsgruppe. Hobbys nachzugehen ist also nicht nur gesund, weil es Stress abbaut und uns vielfältig fördert. Hobbys wirken auch auf unsere Leistungsfähigkeit und Entwicklung ungefähr so wie ein Power-Ladegerät. Zugegeben, Power-Ladegeräte mit diesem Namen gibt es, glaube ich, gar nicht wirklich. Es ist einfach das Wort, was ich benutze, wenn ich das Ladegerät für mein Tablet an meinem Handy verwende. Das passt nämlich auch da rein, allerdings lädt das mein Handy doppelt so schnell, wie wenn ich das normale Ladekabel benutzen würde. Genug gequatscht und philosophiert. Hier kommen die sieben Hobbys, die sich besonders gut für dich eignen, wenn du zu Burnout und Stress neigst. Das erste Hobby habe ich in der letzten Folge schon ziemlich ausführlich behandelt, deswegen gehe ich jetzt hier nicht mehr so genau drauf ein. Autogenes Training und alle Formen der Meditation, die ich in Folge 4, Staffel 3 beschrieben habe und die natürlich deine Entspannung und einen gesunden Schlaf fördern sollen. Bewegung hilft, Stresshormone abzubauen. Hier gibt es allerdings eine ganz spezielle Empfehlung von mir, denn Bewegung ist nicht immer gleich Bewegung. Die beste Bewegung, die du dir zum Hobby machen kannst, wäre zu tanzen, zu klettern, zu reiten oder ähnliches. Denn hier ist nicht nur Körpereinsatz gefragt, auch der Geist muss sich mit der Koordination deines Körpers beschäftigen, mehr als zum Beispiel, wenn du jetzt nur geradeaus rennst und wird daher vom ewigen Probleme wälzen und Angst haben und Negativdenken abgezogen. Und das wiederum ist tatsächlich wie einmal richtig gut durchlüften in deinem Kopf, wie in einem Raum, in dem die Luft so abgestanden ist, dass du eigentlich gar nicht mehr einatmen möchtest. Außerdem werden bei körperlicher Aktivität in der Freizeit erwiesenermaßen Glückshormone ausgeschüttet. Meine dritte Empfehlung lautet Natur pur. Du hast in diesem Podcast schon so viel über dein Unterbewusstsein erfahren und darüber, dass es sich in der Natur einfach blind orientieren kann und schon deswegen einfach ein bisschen weniger gestresst ist. Zusammenfassend würde ich jetzt einfach sagen, umgeben von Blumen und Pflanzen reduzieren sich unsere Ängste und Entspannung wird gefördert. Genau wie bei meiner vierten Empfehlung, dem Gärtnern. Denn hier kannst du wunderbar abschalten. Auffüllende Gedanken werden beruhigt und insgesamt auch weniger. Und so manche Lösung hat sich schon plötzlich wie von selbst beim Wühlen in der Erde und beim Unkrautzupfen gefunden. Fünftens Vielleicht geht es dir wie vielen Burnout-Betroffenen und gestressten Menschen, bevor sie sich krankschreiben lassen oder ihre Leistungen auf Arbeit gefährden, stellen sie ihre Hobbys ein. Wenn das bei dir so ist, dann denk zurück. Was hast du vorher regelmäßig und gern gemacht? Was hat dich vielleicht als Kind besonders fasziniert? Was wolltest du schon immer mal ausprobieren? Und dann mach's! Die meisten Sachen, die uns interessieren oder über die wir schon öfter nachgedacht haben, vor allem als Kinder, sind Dinge, die unser Unterbewusstsein als extrem förderlich für uns einschätzt und die meistens auch dazu führen, dass Emotionen oder Fähigkeiten ausgeglichen oder auch entwickelt und ausgebaut werden, die wir von Natur aus in uns selber auch ausgleichen oder weiterentwickeln können und sollten. 6. Lerne ein Musikinstrument Genau wie beim Tanzen oder auch beim Reiten ist der Geist, wenn du ein Musikinstrument lernst oder spielst, auch hier viel zu beschäftigt für negative Gedanken und Ängste und ja, statt sich ewig in selbigen zu verstricken, baust du beim Spielen und beim Lernen eines Instrumentes neue neuronale Verbindungen in deinem Gehirn auf. Und wo wir gerade bei Musikinstrumenten sind, ebenso effektiv, aber manchmal sogar noch ein bisschen befreiender, ist 7. das Singen. Wenn du schon mal auf Konzerten gewesen bist oder in einem Chor gesungen hast oder dir zumindest ein Chorkonzert mal angehört hast, dann hast du vielleicht auch Gänsehaut bekommen. Das ist etwas, was uns Menschen inneliegt. Wenn wir dabei sind, wie viele Menschen gemeinsam versuchen, Schwingungen zu erzeugen, zum Beispiel durch Gesang, dann berührt uns das. Wir haben das Gefühl, wir sind Teil einer Gruppe und wir haben auch das Gefühl, dass Tausende, also gerade auf so großen Konzerten, Tausende Menschen unsere Emotionen teilen und daran teilhaben. Und das ist etwas, was dazu führt, dass wir uns sehr viel aufgehobener in dieser Welt fühlen. Das ist etwas, was dazu führt, dass wir uns sehr viel verstandener von unserem Umfeld fühlen und das Vibrieren unserer eigenen Stimme beim Singen beruhigt und entspannt unseren Körper und unser Nervensystem. Deswegen findet man das in den meisten Religionen ganz, ganz häufig, dass eben nicht nur Gebete gesprochen, sondern auch gesungen werden. Singen ist unfassbar gesund, selbst wenn es so schief klingt wie bei mir. Zu guter Letzt komme ich jetzt noch zu meiner Warnung. Ich lese oft, dass zum Beispiel auch Fernsehen als Hobby empfohlen wird oder Computerspiele oder ehrenamtliche Tätigkeiten. Und obwohl ich selber gern ab und zu mal ein bisschen zocke am Computer, ich stehe nämlich genauso wie Bingham auf Abenteuer und auch wenn ich selber ganz gerne mal Fernsehen gucke und auch wenn ich mich vor allem früher sehr viel ehrenamtlich engagiert habe, ist es doch so, dass Fernsehen leider eine sehr passive Tätigkeit ist. Hier werden keine Glückshormone ausgeschüttet, hier wird kein Stress abgebaut, hier werden auch keine Vibrationen oder sowas erzeugt. Fernsehen ist im Wesentlichen eher etwas, was schon dafür sorgt, dass wir das Gefühl haben, dass wir abschalten, aber diese ganzen Informationen, die wir da aufnehmen, legen oder überlagern sich eher auf unseren Stress und im schlimmsten Fall kann das dazu führen, dass der verdrängt wird in Ecken unseres Unterbewusstseins, an denen wir weniger gut rankommen und dass es eben noch schwieriger wird, ihn abzubauen. Bei Computerspielen ist es ähnlich und bei ehrenamtlichen Tätigkeiten besteht, gerade für Menschen, die sich selber schnell stressen und hohe Ansprüche an ihre Leistungen haben, die Gefahr, sich auch hier viel zu schnell und zu stark zu verausgaben und dass es dann eben einfach kippt, dass eben das, was eigentlich dazu da war, um den Kopf frei zu machen und um sich neue Inspirationen zu holen, nämlich die ehrenamtliche Tätigkeit, dass es eben zu einer weiteren Pflichtveranstaltung wird, die noch mehr stresst und noch mehr Leistungsdruck aufbaut. Also Vorsicht bei Fernsehen, Videospielen und ehrenamtlichen Tätigkeiten. Hilfreich hingegen und überhaupt nicht mit Vorsicht zu genießen, ist wie immer das Mantra der Woche. Ich wähle das Power-Ladegerät. Hier kommt mein Fun-Fact zum Schluss. An einer Uni in Indiana, USA, fand Lauren Kikedel in ihrer Abschlussarbeit Folgendes heraus. Zusammen mit Kollegen hatte sie den Zusammenhang von Freizeitaktivitäten und Lebenszufriedenheit in einer Meta-Analyse untersucht. Diese Studie hatte sich zuvor mit 11.000 Teilnehmern über 40 Jahre befasst und beobachtet. Freizeitaktivitäten waren konkret freiwillige Tätigkeiten außerhalb der Arbeitszeit, also alles, worüber wir so gesprochen haben. Sport, kulturelle Aktivitäten, Treffen mit Freunden und so weiter. Und Lebenszufriedenheit war definiert als allgemeines Wohlbefinden, also gefühlt oder ja, geschätzt. Und das ist dabei rausgekommen. Mehr Freizeitaktivitäten führten zu mehr Lebenszufriedenheit. Hobbys und Lebenszufriedenheit hingen deutlich zusammen. Im Einzelnen sah das so aus. Zwischen Aktivitäten in der Freizeit und Zufriedenheit gab es einen mittelstarken, positiven Effekt. Wer häufig außerhalb der Arbeit etwas unternahm, fühlte sich besser und war mit seinem Leben zufriedener. Die Hobbys wirkten. Sie erwiesen sich in Experimenten und Langzeitstudien als ursächlicher Faktor. Wer seine Freizeit angenehm ausfüllte, war ein Jahr später glücklicher als zuvor. Zufrieden sein mit seiner Freizeit Wer mehrere Hobbys hatte, war mit seiner Freizeit zufrieden. Und das wiederum wirkte sich positiv auf die allgemeine Zufriedenheit aus. Und Wer mehrere Hobbys hatte und ihnen häufiger nachging, war glücklicher als jemand, der nur ein Hobby hatte, das er seltener ausübte. Die gesamte verbrachte Zeit mit der Tätigkeit war gar nicht ausschlaggebend, sondern nur ihre Häufigkeit und ihre Verschiedenheit. Freizeitaktivitäten machen also zufriedener. In diesem Sinne mach dir einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, wann auch immer du diesen Podcast hörst und genieß die Zeit. Positive Erlebnisse und Aktivitäten werden zu guten Gefühlen und Erinnerungen. Und sie sind schließlich das, was uns stärkt und unserem Leben Inhalt gibt. Bis zum nächsten Mal. Deine Susi von derbre suppose und machte den Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020